Äh, Botlane, habt ihr Bock? Schönes Ding! No way, what the fuck is this? Ihr wollt Lux sehen? Ihr wollt eindeutig Lux sehen, zu 60% Alles klar, kriegt ihr Kein Problem Bin nicht dabei Pick dem die Lux weg Wer will die Lux spielen? Niemand will die Lux spielen, alles gut Äh, hier könnten wir auf... Hier sind wir auf Timing und das immer gegangen, glaube ich, ne? Ja, das war die Kombi Hä, was? Äh, nicht durchdacht Äh, ja, okay, gut Dann spielen wir diese Runde doch hier Feck Dann switchen wir das rum Ich hab jetzt keinen Bock, dass er was anderes pickt und uns in die Mitte runter rennt Was ich verstehen könnte, weil das wär scheiße von mir Tut mir leid, dass ich jetzt natürlich die Umfrage gemacht hab und die einfach irrelevant war Äh, aber das, das, äh, Team hat leider für mich entschieden gerade Ja, klick, komm, wir invaden ihn jetzt an seinem Red Damit umgehen wir beide, äh, Möglichkeiten, dass das zu einem End wird hier Weil entweder er ist an unserem Red und wir kriegen ihn einfach Oder er kommt jetzt Red und wir besiegen mit Lethal Tempo Win-Win-Situation Sieht aber tatsächlich nach ersterem aus Okay, er hat einen schnellen Clear, der wäre inzwischen hier Ich mach jetzt Krabbe Wahrscheinlich hat er sich aber auch meine Vögel geholt, wa? Bisschen dann lucky Hi Elo Makroplay Okay, ja, ein Sane, oder? Komplett wild, was hier passiert Man könnte manchmal nicht überlegen, was ich tue Wär schon weird Actually ist das, glaub ich, sogar ein, äh, Dustblade-Game Weil wenn ich einen von den töte, können drei andere mich töten Und das will ich nicht Das heißt, ich geh einfach Dustblade und dann ist easy game Du bist nicht am pushen Dann machen wir einfach weiter hier, würde ich sagen Ah, die hat er aber genommen Na gut, da ist er mir immer einen Schritt voraus Aber dann müsste er doch timingtechnisch die Krabbe auf, äh, abgelassen haben, oder? Ja, okay, hat er doch mitgenommen, schade Ach, ich würde eigentlich gerne jetzt gerade mehr gegen Ich würde gerne gerade mehr gegen Kane fighten Weil jetzt gerade habe ich einen leichten Vorteil, glaub ich Aber das Ding und ich gang ist auch nicht gut für seine Punkte, also hey Gut, so viel zu dem Thema Warte mal, der war schon back? Der war vor dem Gang schon back? What the fuck? Was ist das denn für ein farmender Kane? Weird Ach, 24 CS Hm, hoffentlich kriegen wir wenigstens den Drachen Das wäre ganz angenehm So, Botlane Warte, haben sie da gewartet ist die Frage? Was sollen wir jetzt rausfinden? Hätte ich vielleicht mit dem Rare Drink überprüfen sollen, oder? Oh okay What the fuck? Ich habe leider keine Resets und nichts Level 6, Level 6. Oh, ihr habt geintet. Ihr habt geintet. Ja, schön, richtige Richtung. Warum? Oh, das wird ein hotter Schotter, Alter. Der ist ja anders sexuell, Leute. Wir gehen gleich back und haben einfach unser, äh, das Split schon. Oh no. Warte, endlich jetzt hier an der Stelle. Jep. Muss ich flashen, leider. Äh, bot lane, habt ihr Bock? Schönes Ding. No way, what the fuck is this? Ich bin immer noch nicht sicher, ob man Syndra Ulti Damage mit Master YiQ dodged oder nicht. Ähm, die Mehrheit meiner, meiner Erfahrung sagt ja, aber mein Reflex sagt nein. Die Schießprojektile nach der ja, aber, ähm, für gewöhnlich gehen Point & Click Stunts durch, Master YiQ durch. Das ist das Ding. Also wenn zum Beispiel, zum Beispiel ne Weiger Ult. Ne Weiger Ult. Wenn ne Weiger mich ult, dann würde ich Q in. Kommt der Weiger Ult Schaden durch. Der Syndra Ult Schaden aus irgendeinem Grund nicht. Oh boy. Okay, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir hier. Oh. Okay, das war schon witzig jetzt. What the fuck? Du kommst noch her. Oh mein Gott, du kommst nicht mehr her. Ich raste aus. Okay, da war Rageblade grad schon übel nützlich, wa? Äh, nicht Rageblade, Dustblade. Das war da grad schon giga useful. Dadurch konnten wir einfach an den Jinn, an den, äh, an den Cain ranlaufen. Und haben ihn dann einfach angefangen zu auto attacken mit unserem lethal Tempo Buff. Das war giga strong. Ist halt nur gegen die richtigen Teams auch gut. Ich mache halt mehr Damage mit dem Krakenslayer Build. Aber in dem Fall, ich kann den Damage nicht raus, wenn ich sterbe logischerweise. Und das hält mich davon ab zu sterben. Ist das schon angenehm. Ich komme, ich komme. Die hole ich mir alle ab. Hä? Ich wollte ihn mitziehen eigentlich, Uno. Ich wollte ihn mitziehen, damit er nicht wieder in Tower zurückgehen kann. Aber ich habe einfach zu spät geflasht. Alter, wie bad von mir. Holy shit. Collector als zweites Item ist stark. Das wäre absoluter Int nach dem Dustblade. Dann hätte ich ja gar keinen Attack Speed. Dann gewinne ich null Trait nach zwei Items. Dann ist jeder mit zwei Items stärker als ich. Ich baue als zweites Attack Speed. Collector als drittes vielleicht. Okay. Aber ich bin momentan auf dem Trip als drittes, was defensives zu bauen. Damit man, äh, wenn zum Beispiel der Assassin jetzt in Form geht, überlebe ich sein Burst nicht mehr. Das heißt, ich brauche nach dem Rageblade dann was passives. Oh boy, da müsste ich eigentlich in der Nähe sein. Fuck. Aber da wäre ich, selbst wenn ich jetzt hingehen würde, wäre ich zu spät. Ja, no shit. Oh mein Gott. Ich dachte, ihr rushed den runter. Und jetzt macht ihr den nicht. Aber ihr habt den, ne? Oh boy. Wie hässlich. Wie hässlich. Ah, my bad. Ich habe den Cain irgendwie überhaupt nicht registriert. 420 CC. Nice. Echt nice. Es ist alles messig. Sollte hier wirklich nicht sein. Ich bin trotzdem hier. Oh boy. Ganz, ganz schwierig. Oh boy. Ganz, ganz schwierig. Ich habe keinen Flash. Ich habe keinen Flash. Ich habe gar nichts. Ich bin wieder reingelaufen. Ich glaube das nicht. Ich hätte weg sprinten können. Und ich renne wieder rein. Ja, das ist jetzt halt genau dieser Zeitpunkt, an dem ich weniger Damage mache als sonst. Dann gehen wir jetzt mal hier unten in die Richtung. Das wäre ganz angenehm. Das ist nicht der gute Engage. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Ich will wiederhole, das ist nicht der gute Engage. Alter, ich war ja einfach weg. Ich konnte auch nicht Q und ich konnte gar nichts machen. Was war das? Okay, was zur Hölle? Aber Neko regelt das. Neko regelt das anders einfach. Schönes Ding, Leute. Schönes Ding. Boah. Also mein Farm ist halt wirklich scheiße mit dem Bild. Eigentlich muss ich den gebufften Krakensleider mal bauen. Damit ist der... Äh, sorry. Alter, eigentlich habe ich das gewordet. Machen sie den schon wieder? Haben sie sich das echt getraut jetzt nebenbei? Oh boy. Oh boy. Warum machen wir jetzt nicht einfach den Dino weg? Der Dino kommt doch jetzt hier runter, oder nicht? Oder nicht? Was macht er denn dann? Hä? Der zieht wieder top. Ach, das ist so weird. Mach ich den? Äh, ne. Also vielleicht mach ich den, aber es wird sowas gekannt. Erst recht mit dem Item nicht hier. 1.300 wären ca. Weg für mich an sich. Oh nein. Export. Oh no. Ulti da raus bitte. Flash da raus irgendwas. Christian! Renn! Schönes Ding, schönes Ding. Genau dafür habe ich dieses Item gehört. Ich bin unsichtbar, war ein weirder Flash, aber ich hatte sonst keine Tools um mir Vision zu geben. Wieso lebt der so lange? Wieso lebt der so lange, what the fuck? Wieso lebt der so lange, what the fuck? Oh, wen ultest du, hm? Sick. Äh, habe ich mich hart verklickt noch an der Nami? Aber hat gereicht. Das war Soul? Lol, alter. Holy shit. Schwierig, Leute. Ganz, ganz schwieriges Ding. immt. wirklich. Sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Ich hab auch keinen Snapdragon. Ganz schnell raus. Loll. Haha, daa hat der Ult. Er hat gleich Ult, du bist so dead! Hehe. Oky. Alles klar! Das war halt komplett Mal-Fights-Job, ja, also da hab ich jetzt nicht so viel bei jetzt so beigetragen. Das ist das Game. Schönes Ding. Ja, also gegen das richtige Team kann das Medi schon geil sein, ne? Aber ich hab halt gemerkt, was meine Einschränkungen sind. Ich kann keine Tanks mehr 1v1. Ich brauch nen guten Entry, noch besseren Entry. Aber ist trotzdem witzig. Ist trotzdem mega witzig, ohne Frage. Nicht mal chill. Nicht mal. Z supuesto tun. So.